Willkommen meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer weiteren Runde Children of Women News Action. Soweit man da von News reden kann, aber es ist tatsächlich passiert und dass sich die Creative Assembly Community Manager, insbesondere CA Evangelos, aber auch CA U Ninja tatsächlich mal wieder gemeldet haben und zwar auf einen Reddit Post von ursprünglich The Audit Tide oder Chivalry Must Flow, eins von beiden, in dem ein Reddit-User geschrieben hat So it is February already, CA. Und damit wollte er natürlich darauf hinweisen, dass Creative Assembly uns doch versprochen hat, einige Updates zu bringen, nämlich wenn wir hier in die Vergangenheit des Hype-Trains reinschauen, wurde uns ein State-of-the-game-Blog Early 2023 Looking at You February garantiert oder jedenfalls versprochen, aber uns wurde ja schon einiges versprochen. Wann ist der Olo-Warmung rausgekommen? Irgendwann jetzt. Das wird bald das erste Jubiläum sein. Und wir gucken mal, was Creative Assembly hier in Person der Community Manager CA Evangelos geschrieben hat. Also, vor allem der hier. Der hier ist besonders interessant, meiner Meinung nach. Moment, ich muss ihn nur kurz mal reinschieben. Wir sind extrem professionell unterwegs. So wie immer, meine auch verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Oh, is it that time already? Schrägstrich Sarkasmus. Ja, als Community Manager muss man ja so diverse Skills haben. Natürlich gut mit der Community kommunizieren und sie bei Laune halten. Gehört jedenfalls dazu mit Sarkasmus-Antworten. Und weiß ich nicht, das kann vielleicht ein verärgerter Hamster-Content-Creator, wenn er sich mal wieder über Creative Assembly beschwert, aber ist ja nur ein Hobbytyp. Die machen das professionell. Es ist in der Tat Februar und wir sind in der Tat wieder zurück am Arbeiten hier bei Creative Assembly und arbeiten mit dem Team zusammen daran, an was wir diesen Monat arbeiten möchten, im Vergleich zu dem, das noch ein bisschen mehr Zeit benötigt, bevor wir es mit der Community teilen. Und das ist schon ziemlich hart, diese Aussage hier, direkt am ersten Satz. Also auf die Frage der Fans, hey Leute, Creative Assembly, was los gibt es jetzt endlich mal? News wird tatsächlich geantwortet, aber geantwortet wird nur mit der Aussage, ach, boah ja, wir sind jetzt eigentlich gerade hier aus dem Urlaub zurückgekommen und eigentlich haben wir echt keine Ahnung, was zur Hölle hier eigentlich abgeht. Aber ja, diesen Monat, wir sprechen da mal drüber, was vielleicht schon fertig sein könnte. Leute, äh, Leute, der Creative Assembly, der Olohoma 3, ist halt fast jetzt ein Jahr draußen. Wir haben ein Halbgarn-DLC gesehen mit den Chaos-Subfraktionen. Ja, die waren natürlich nett und haben auch die Nonska ein bisschen aktualisiert, aber es ist jetzt halt ein Jahr und uns wurde sehr viel versprochen und es ist relativ wenig gekommen und jetzt gibt es immer noch nichts. Und immerhin wurden die Chaos-Werke angeteasert, von denen wir auch noch nichts gesehen. Und das wird hier so getan, als haben sie noch keinen Plan, was eigentlich abgeht. Also ich würde ja von Creative Assembly schon erwarten, dass sie wenigstens ein Jahr im Voraus plant, was sie tun. Aber das hat sich zugegebenermaßen herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Ja, schade eigentlich. Also, er streit weiterhin. Äh, ich weiß, ähm, I know everyone has a different idea of they hope, of they hope to heal. Also er weiß, jeder hat eine andere Vorstellung, was sie hoffen zu hören. Sei es ein Bugfix und Bugfix ist davon sehr, also von den Bugs, da ist ja Tolloma 3 bei weitem noch nicht befreit. Meine Güte, also nach einem Jahr. Wir wissen ja, dass der DLC-Team arbeitet daran, an dem, ja, an dem zukünftigen Stand von Tolloma 3, Bugfixes inklusive der DLCs. Ähm, wir haben ja bisher noch nicht so sonderlich viel davon ihnen gehört. Also, ob jetzt jemand auf Bugfixes wartet, auf irgendwelche Ankündigungen oder die, ja, die Bestätigung langer, gehegter Träume oder irgendetwas anderes. Aber, es wird jedem, inklusive der Reddit-Community, ja, für jeden gut sein, wenn wir dem Creative Assembly-Team etwas mehr Zeit geben, zu planen, was, wann und wo sie neue Informationen während des Monats teilen. Das ist auch schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, das macht die doch sowieso. Also, sie schreiten hier, lasst uns doch in Ruhe, Leute. Er meint, wenn die wollen, dass wir sie in Ruhe lassen, warum reagiert denn hier C.A. Evangelist eigentlich auf diesen, ah, auf diesen Kommentar hier, wenn er sagt, gib uns doch Zeit, Leute. Aber gut, das Creative Assembly-Team guckt sich natürlich auch die ganzen Foren an. Das wissen wir und sehen sich an, was dort passiert, wie die Leute denken. Was die Leute denken, ähm, er bittet hier so ein bisschen um Milde, hört auf zu fragen, praktisch. Er sagt hier, hier Leute, nervt nicht, haltet die Klappe und wartet auf die nächste Ankündigung. Kann man natürlich so sagen, als Community-Manager vielleicht allerdings nicht so geil. Wenn nicht, wenn nicht, finde ich, finde es nicht so gut. Ich meine, ich bin ja kein ausgebildeter Community-Manager. Ich sage immer mal wieder Bullshit, gebe ich auch zu und häufig sind die Sachen falsch, eigentlich fast immer. Kleiner Spaß, ganz so schlimm ist es nicht, aber ja, finde ich jetzt nicht so gut. Likewise, we're excited to celebrate and welcome new players into the Total War Community this month. Particularly as we approach the anniversary of Warmer 3 and celebrate the long way it's come since the start of last year. Also der hat mich schon ziemlich genervt, dieser Satz hier. Und auf die gleiche Art und Weise oder likewise, warum auch immer likewise, hier schreibt, wir sind einfach begeistert zu feiern und neue Spieler in die Total War Community diesen Monat zu begrüßen. Besonders da wir nun das Ein-Jahr-Jubiläum von Total War Warmer 3 feiern können und den weiten Weg feiern können, den dieses Spiel gekommen ist, seit es letztes Jahr herausgebracht worden ist. Der weite Weg, den es gekommen ist, seht ihr euch, als wir die Beta des Spiels rausgebracht haben und die Belagerungen und die wir erst drin waren und dann wieder herausgenommen waren und euch versprochen haben, sie nochmal zu überarbeiten und es bisher nicht getan haben. Genau diesen weiten und langen Weg wollen wir mit euch feiern. Oh, das hat mich schon so ein kleines bisschen zum Lachen gebracht. Aber auch so ein kleines bisschen verarscht. Also naja, eigentlich habe ich mich voll, besonders, eigentlich habe ich mich nur verarscht. Boah, ist mir vorgekommen, als ich das hier gelesen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob der CA event, ich will jetzt dir nicht sagen, ich könnte einen besseren Job machen. Ich bin hier notorisch schlecht im Umgang mit Community oder überhaupt generell Menschen. Ich komme ja vielmehr klar mit Orks. Gerade mit den Plänkern, die sind natürlich echt extra klasse. Jedenfalls sind Total Warmer 2. Aber finde ich schon nicht so gut hier, was er geschrieben hat. Also gut, immerhin, vielleicht was schreibt er hier. In der Zwischenzeit, vielen Dank für eure Geduld. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir eine Wahl. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Und wir warten bereits darauf und wir versuchen, wir arbeiten daran, Lösungen zu finden. Lösungen zu finden, wie wir die am häufigsten gestellten Fragen, die momentan vorhanden sind, beantworten können, die wir mit euch in der nahen Zukunft teilen können. Wer weiß, ich habe auch keine Ahnung, wie Community Manager oder Creative Assembly in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Fragen beantworten wollen über irgendwas, an was sie arbeiten. Vielleicht arbeiten sie auch an gar nichts. Und diese, da kam nochmal ein anderer Post. Und weil wirklich die Posts, die dieser Evangelist rausgehauen hat, waren so katastrophal, community-wise, in der Reddit-Community, dass die Leute angefangen haben, darüber zu spekulieren, dass Creative Assembly ging ein richtiger Shitstorm und Memestorm los. Und ich weiß, Memes, das ist jetzt so eine Sache, da habe ich beim letzten Mal so ein bisschen Anschiss gekriegt, von wegen, warum übersetze ich die, warum lese ich die vor, warum gucke ich mir die an, was sind Memes überhaupt? Ich glaube, dieses Mal wird es besser, da bin ich mir ganz sicher. Aber es hat wirklich einen Memestorm losgetreten von allen möglichen verschiedenen Leuten. Zum Beispiel hier, dadurch schreibt einer, ich weiß, ich lese das jetzt vor, aber nur ein paar von diesen Punkten, die ich ganz unterhaltsam fand. Hier, da wir jetzt so wenig Content haben, habe ich jetzt nur meinen Piraten gesehen, der einen tollen Namen hat, nämlich Dick Hoffmast. Habe ich gelollt, ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Was haben wir noch gesehen? Den fand ich ganz nett. Also viele Leute sind jetzt momentan der Meinung, dass Total War Warhammer 3 in seiner Entwicklung abgebrochen wird. Dieses Meme hier beschreibt das ganz gut. Nämlich, könnte CA vielleicht mehr Zeit für die Entwicklung weiterer DLCs gebrauchen? Nein, nein, das Spiel ist gecancelt. Weil es wurde eben viel hier. Total Warhammer 3, the ever cancelled. Coincidence, I think not. Denn Total Warhammer 3 ist genau wie Three Kingdoms 3. Nicht wahr, in Three Kingdoms wurde gecancelt. Das wisst ihr ja. Mittlerweile wird das gleich für Total Warhammer 3 passieren. Wir werden sehen. Total Warhammer 3 ist nicht gecancelt worden. Ihr Leute, ihr seid ihr. Ihr werdet ganz sicher mehr DLC bekommen. Wir brauchen einfach nur etwas mehr Zeit und etwas mehr Raum. C.A. Und den fand ich auch ganz lustig. Ich glaube, das ist aus irgendeinem sehr unter... Also Western, ich habe den Namen vergessen. Aber ab und zu kriege ich so kleine Videoclips von Filmen auf YouTube vorgeschlagen. Die dann so Sachen hier zeigen. So Total Warhammer 3 ist doch total traurig, dass er gehängt wird. Und der andere Typ, Three Kingdoms, sagt mir, das ist das erste Mal gehängt zu werden. Das ist ja Noob. Das ist mir schon mehrmals passiert. Auf jeden Fall diverse Shitstorms. Also was heißt die Shitstorm? Diverse Kommentare, die rausgekommen worden sind. Und ja, nur damit ihr wisst, was los ist. Also ich bin natürlich auch jetzt nicht so mega glücklich damit, dass es kein Content kommt. Ich mache ja auch am liebsten News und versorge euch am liebsten mit News zu Total Warhammer und zu den neuen Sachen, dem neuen Kran, der rauskommt. Und ich bin auch schon ziemlich unglücklich, wenn da nichts Neues rauskommt. Und in der ganzen Verzweiflung, ja, guckst du mal den anderen Kommentar an. Der hat sehr eventuell noch was geschrieben bezüglich, ja, also wenn, vielleicht hilft diese Perspektive, nachdem mein bisheriger Post offensichtlich nicht ausreichend Antworten gegeben hat, nämlich keine. Er hat auch noch einen zweiten Post darüber geschrieben, weil die Leute darüber spekuliert haben, dass Creative Assembly mehr Geld investiert in ihr anderes Shooter-Game, ihr neuen Multiplayer-Fortnite-Style-Shooter, nämlich Hyenas, das ist Englisch und steht für Hyänen. Und da arbeiten allerdings ein anderes Team dran, als dann den Total War-Spielen. Und die kommunizieren auch über andere Studios und selbst Creative Assembly hat ihre eigenen Kommunikationsleute, die Nachrichten an die Community rausgeben. Und er möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Existenz anderer Spieleprojekte wie Hyenas nicht den Vorschritt von Total War beeinflusst, weil das sind andere Projekte, das sind andere Teams. Und nochmal ein kleiner Hinweis, was Total War 3 angeht, das letzte Jahr war ein Rollercoaster, also eine Achterbahnfahrt, die zu dem momentanen Stand der Dinge geführt hat. Und auch wenn wir das sagen, wir hoffen, dass wir den Leuten, die momentan so negativ eingestellt sind und die Angst haben, dass das Spiel eingestellt sind, dass wir denen das Gegenteil beweisen können. Und das ist immerhin positiv hier, denn wir hoffen, dass wir euch das Gegenteil dieses Jahr beweisen können. Das bedeutet nicht, dass sie es beweisen werden, sonst hätten sie geschrieben, We will prove you wrong this year in all the best ways. Aber sie haben nur geschrieben, wir hoffen, dass wir das schaffen. Und das bedeutet, heißt das jetzt, es gibt kaum kein Content mehr im ganzen Jahr 2023? Das halte ich für nicht unwahrscheinlich, wenn ich das hier gerade lese, auch wenn Creative Assembly uns schon versprochen hat, es gibt ein Update. Gucken wir mal nochmal in den Hive-Train. Also auf jeden Fall ein Mega-Shitstorm. Er hat sogar, also damals, also damals, in der Vorzeit, vor ein paar Tagen, hat er schon Minus 13 Downworts und Minus 9 gehabt. Das sind mittlerweile bestimmt mehr. Wollen wir mal gucken, klicken wir kurz mal drauf, wie der Stand der Dinge jetzt aussieht. Mit dem Post Minus 13, viel mehr ist nicht passiert. Aber ich fand auch die Antworten ganz unterhaltsam mit, der hier auch zum Beispiel Mahalas geschrieben hat, Und mit allem Respekt, nach zwei Verzögerungen und sechs Monaten, in denen wir eigentlich nur die ganze Zeit lesen, wir sind gerade noch dabei, uns zu entscheiden, was wir euch eigentlich sagen wollen, heuert sich das nicht sonderlich positiv an. Und da bin ich genau der gleichen Meinung. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also die Leute sind noch ein bisschen angepisst. Ehrlich gesagt hat es diese Community-Management-Aussagen eher. Schlimmer gemacht als besser die Situation. Da fragt man sich, warum haben die das überhaupt gemacht? Wie auch immer, Yui Ninja, ein anderer Community-Manager, der, glaube ich, weiß noch nicht, ob der auch so lange dabei ist oder schon, wie auch immer, hat dann nochmal einen Kommentar auf den offiziellen Total War Foren rausgehauen, etwas später. Und er schreibt hier, wir sind noch da, Leute. Keine Sorge, ihr müsst keine Angst haben. Wir hören euch zu und wir wissen, dass ihr frustriert seid. Wir sind es nämlich auch. Und wir möchten euch gerne, wir würden es lieben, wir würden es lieben, euch richtig viel zu sagen. Aber der Zeitplan dieser Dinge, welche Dinge auch immer das sind, diese Dinge, diese Dinge hier, die sind nicht in unserer Hand. Die sind außerhalb unserer Kontrolle. Wir haben keine Ahnung, was wir tun, was rauskommt. Wer sind wir überhaupt und was für eine Firma ist das? Wir haben letztens unsere Grafik-Engine verloren, sie ist weg. Wir haben auch vergessen, was Nahkampfangriff überhaupt macht. Und deswegen haben alle Einheiten mehr bekommen, weil mehr Zahlen sind besser. Alle Werte werden mit 10 multipliziert, um euch glücklich zu machen. Okay, jetzt wäre ich schon gleich ein kleines bisschen sarkastisch, aber das macht mir manchmal ein kleines bisschen Spaß. Also, Community-Manager haben keine Ahnung, was abgeht. Sie sind frustriert. Niemand weiß, was passiert. Niemand kommt wahrscheinlich mehr zur Arbeit bei Creative Assembly oder so. Haben alle gekündigt. Homeoffice ist nicht erlaubt da oder so. Also, sobald es Neuigkeiten zum Teilen gibt, werdet ihr die Ersten sein, die es erfahren. Ja, wer denn sonst? Also, ich glaube nicht, dass wir die Ersten sind. Das Creative Assembly-Team selbst weiß es natürlich viel früher. Aber okay. Aber wir wollen hier jetzt einmal die Feuer ausmachen. Wir wollen auch eure Probleme beseitigen. But to quench any fires. The game is not abandoned, Leute. Das Spiel ist nicht... Moment, Entschuldigung mit der Kamera. Das Spiel ist nicht zurückgelassen und gecancelt worden. Es ist schon faszinierend, dass ein Community-Manager das schreiben muss, nach dem, was abgegangen ist. Weil die Spekulationen, dass das Game gecancelt worden ist, doch nicht zu unterschätzen waren in dem Reddit. Und ich kann es auch mehr oder weniger verstehen mittlerweile. Vor allem nach diesen Kommentaren hier von Evangelos. Aber okay. Und nochmal der Hinweis. Hyenas, dieses andere Shooter-Spiel. Wir können uns mal den Trailer ansehen, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist faszinierend. Wird von einem anderen Team gemacht. Und das hat absolut nichts damit zu tun. Es sei denn, es ist erfolgreich. Machen wir nur noch das. Aber es wird... Again, I know. Ich weiß, es ist bereits eine Weile her, dass es ein Update gab. Aber wir werden euch updaten, sobald wir das grüne Licht bekommen. Also... Auch nicht viel mehr. Er sagt uns eigentlich nur, nee, nee, wir arbeiten noch dran. Nee, keine Sorge, wir arbeiten noch dran. Wir sind... Wir haben es nicht aufgegeben und machen jetzt nur noch Total Warmer 40k oder so. Nee, wir machen da noch dran. Chaos wäre gekommen noch. Oder so. Aber hier ist nichts drin. Kein Hinweis, kein gar nichts. Nur... Heute, keine Sorge. Es kommen noch mehr. Ähm... Die Art und Weise, wie unsere Einheiten zielen. Nämlich das... Moment, ich muss mal einen Mauszeiger hier. Nämlich das Zielverhalten von Fernkampfeinheiten zu verbessern. Das kommt noch. Also relax, Leute. Keine Angst. Ja. Was sagt der Hypetrain? Der Hypetrain? Moment, springen wir kurz nochmal zurück. Total Warmer 3 kam als ramschiges Spiel raus am 17.02. In 10 Tagen ist Jubiläum. Oder in 9 Tagen. Wenn ihr dieses Video sieht. Im August wurde es dann zur Beta abgegradet. Dann wurde das Spiel von Kage. Ich habe es ja nicht mal gespielt. Zu Summeh abgegradet. Ich meine, es ist okay. Ich spiele es ja auch. Aber es ist bei weitem noch nicht auf dem Standard von Toro Roma 2. Und ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob es dorthin kommen wird. Und uns wurde das letzte Mal Updates versprochen. Early 2023. Around February. Wir sind jetzt drin. Es wurde noch nichts gesagt. Und auch die News in February waren ja nur Hinweise auf ein State of the Game Blog. Da wollen wir uns sagen, wie großartig das Spiel mittlerweile weiterentwickelt worden ist. Oh, meine Träume. Meine Träume. Wo ist der Chaos-Zwerg-DLC, den ich noch bis März erwartet habe? Ich bin mittlerweile wirklich sehr, sehr unsicher, dass er noch kommen wird. Es kam ja Ende letzten Jahres wurde noch geschrieben, Update 3.0 wird wahrscheinlich irgendwann wird wahrscheinlich oh je, wenn ich das jetzt schon lese, wird irgendwann im zweiten Quartal 2023 rauskommen. Genau wie die nächsten Regiments of Renown 4. Ich war noch nie so wenig beeindruckt von diesen half-assed, halbarschigen Regiments of Renown, die wir hier mitbekommen haben. Als Free-DLC, aber okay, irgendwas haben sie halt aus der Türe rausgetreten. Und wir schätzen momentan, wir überlegen uns gerade, wir überlegen uns gerade, wir überlegen gerade über die Möglichkeit, wir denken über die Möglichkeit nach, ob vielleicht ein zusätzliches Update davor kommt, aber es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Stein gemeißelt, das ist mal wieder der Hinweis auf die Chaos-Zwerge, die Stein lieben und sich auch in Stein verwandeln. Daher, das war so ein typischer Drop, den wir auch von Toll-Roma 2 häufig gesehen haben. Wobei, normalerweise ein Monat vor Release von dem DLC kommen normalerweise die News, jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit für das erste Quartal. Ich glaube, das wird schon ein bisschen eng hier. Und dann kommt auch irgendwann im zweiten Quartal der Patch 3.0, spätestens sehe ich mittlerweile glaube ich fast, dass der Warma-DLC wahrscheinlich noch hier hinten hin verschoben wird. Und dann kriegen wir den Patch 3.0. Wann wurde uns der eigentlich ursprünglich versprochen? Gucken wir mal kurz in die Vergangenheit. Ähm, oh ja. Oh, es steht ja sogar hier drin. Also, der Patch 3.0 wurde uns ursprünglich im Quartal 4 2022 versprochen. Und bis er kommt, sind wir wahrscheinlich jetzt nochmal ein halbes Jahr verspätet. Okay. Okay. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir spielen erstmal mehr Company of Heroes und Dark Stunton 2 und natürlich Zelda Tears of the Kingdom und außerdem Blood Bowl bis zum fucking Abwinken, Leute. Blood Bowl ist das beste Spiel, das es gibt. Wusstet ihr das? Ihr solltet es alle spielen. Nuffel wird euch lieben und falls ihr es selbst spielen wollt und euch andere Games sucht, schaut gerne beim MMOGA-Link in der Videobeschreibung vorbei. For Hogwarts Deluxe Edition oder Company of Heroes 3 für 40 anstatt 60 Euro auf Steam. Wenn ihr über den Link drauf geht, dann kriegt auch der Hamster ein bisschen Support und es macht einen Riesenunterschied. Ich garantiere es euch. Okay. Kleine Werbung nebenbei. Ja. Was? Aber die Blood Bowl 2 Weltlager-Liga ist gerade am Laufen. Das ist natürlich auch wichtig. Guck euch das an. Es ist mega. Es ist mega. Beste Liga. Gott, Blood Bowl. Ich liebe es so sehr und ich hasse es gleichzeitig. Ihr werdet es lieben. Endless Dungeon, da sitzt es glaube ich jetzt auch langsam raus und da habe ich einen Trailer gesehen. Das fand ich echt nicht so gut. Deswegen kommt es eher hier irgendwie auf das Abstellgleis erst mal. Ja, also so wie es momentan aussieht, könnte ich jetzt einen Worst Case Version des Hypetrains machen und sagen, okay, Patch 3.0 hier hin. Der wird dann den Chaos-Zwergen-DLC enthalten. So. Und nach dem momentanen Stand der Dinge von irgendwelchen DLCs werden wir dann vielleicht frühestens den nächsten DLC irgendwann gegen Ende des Jahres sehen, weil sein wäre ich das Spiel ist in einem Zustand, in dem ich weiß nicht, es war ja alles kaputt. Es war alles kaputt, es ist immer noch kaputt und ich bin mir nicht so ganz sicher ob Creative ist. Also sie sagen zwar, ich meine, was soll ich denn mit der Aussage machen? Wir sagen uns, hey Leute, nein, macht euch keine Sorgen, wir canceln es nicht, wir canceln es gekanzelt. Ich vertraue der Sache nicht. Vertraue der Sache nicht, Leute. Ich vertraue der nicht mehr. Die haben schon zu viel rumgelaufen in letzter Zeit. So viele Träume. Aber glücklicherweise bedeutet es dann, die Modder können dann den Chaos-Zwergen-DLC bringen und den Halbling-DLC, das kann dann alles rauskommen. Auch wenn Creative Assembly selbst nichts in dieser Richtung mehr tut. Hier übrigens, das fand ich ganz unterhaltsam, hier hat ein anderer Reddit-Nutzer eine Geschichte des Bald von Creative Assembly rausgehauen. Nämlich damals, im Jahre 2020, wurde uns ein DLC angekündigt und vier Monate später kam dann der DLC 2020. War schon eine Weile, aber später war es dann nochmal interessant. Ich erinnere mich noch an dieses Video, wie es rauskam, wie diese Dame uns etwas erzählt hat. Mehr Details. Also Pre-Orders Alive, das ist natürlich ganz wichtig, könnt ihr schon vorbestellen. Und mehr Details werden sehr, sehr bald kommen und sehr, sehr bald kamen dann sechs Monate später. Aber okay, da war das Spiel noch nicht draußen. Naja, aber okay. Also eigentlich sollte es dann schon draus kommen, aber das hat ja schon da nicht mehr geklappt. Insofern, whatever. Oh. Und hier unten gab es dann nochmal einen Hinweis über ein Update zu Three Kingdoms. Da haben sie noch geschrieben, dass die Berge an der falschen Stelle sind. Und habt seit keine Sorge, die Karte wird ein Update bekommen mit dem zweiten Expansion Pack DLC, die den Nordteil der Karte von Three Kingdoms ausbauten. Da kommt dieser lachende Typ hier, weil es kam keiner DLC raus. Es kam nicht, es wurde gecancelt. Es wurde hier explizit gesagt, es kommt doch, ja, der nächste DLC, der kommt, nee, nee, gecancelt. So, aber was soll man jetzt glauben? Okay, wie auch immer, dann im Februar 2022 hat CA Ben dann geschrieben, wir werden den Content, der im ersten Jahr des Releases von Tolo Warhammer 3 rauskommt, so ungefähr eine Woche nach dem Launch veröffentlichen. Ich erinnere mich noch gut. Also, eine Woche nach Launch kam nichts, zweieinhalb Monate später kam dann diese erbärmliche, wirklich, auch kann man nicht anders sagen, diese erbärmliche Roadmap mit besonders, oh Gott, das hat mich, das fand ich richtig großartig hier mit Quartal 2 2022 das große Improvement, die große Verbesserung, die kommen sollte, die verbessert es bei besseren Zielen der Fernkampfeinheiten, das war einfach, also diese Gesichter, ich liebe sie, es ist richtig geil und es ist tatsächlich wahr, es ist tatsächlich wahr geworden. Ich meine, was zur Hölle geht da ab bei Creative Assembly, die haben ja wirklich, die sind wirklich absolut, völlig kommuniziert doch wenigstens, also ich weiß, jetzt fange ich an so ein bisschen zu ranten, die haben alle Probleme, das weiß ich, aber kommuniziert doch wenigstens, dass, hey Leute, wir haben es verkackt, das Spiel war nicht fertig, wir brauchen erstmal ein Jahr, um es aufzuräumen, bis der Beta-Status weg ist, dauert es nochmal ein Jahr und DLCs kommen dann ja 2023, aber Leute, die arbeiten doch jetzt schon bereits an ihrem nächsten Main-Title und die werden bestimmt nicht zwei absolute Mega-Main-Title miteinander konkurrieren lassen, das haben wir bei Three Kingdoms gesehen, nicht wahr, das haben wir bei Three Kingdoms gesehen und dann war es gecancelt, also nächste News, im Oktober 2022, see you again very soon, very, very soon gibt es Neuigkeiten, das letzte Mal, dass sie gesagt haben, dass was very soon kommt, hat sechs Monate gedauert, bis zum nächsten Trailer, also wenn dieses very soon stimmt und Creative Assembly tatsächlich eine absurde Vorstellung von sehr bald hat und das auch wieder sechs Monate dauern könnte, was ich mittlerweile nicht ausschließe, müsste die nächste News Januar, Februar, März, April kommen. Warte mal einen Screenshot und pack das da rein. Also die nächste News sollte dann im April kommen, also es würde passen, die Neuigkeit zum Patch 3.0. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so positiv, glaube, bei Creative Assembly intern ist der Clusterfuck auf einer Ebene angelangt, die seinesgleichen sucht. Die haben absolut keine Ahnung mehr, was sie tun, was rauskommt, was geplant ist, ob sie überhaupt mit dem Spiel weitermachen. Ich bin mir mittlerweile nach diesen Aussagen hier, nach diesem allgemeinen Blabla und dem Versprechen, nein, es ist nicht abgecancelt worden. Also habe ich wirklich, es ist so planlos, das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, auch in der Kommunikation, dass ich da mittlerweile wirklich sehr, sehr unsicher bin, ob wirklich das weitergehen wird. Also okay, die Chaoszwerge bestimmt noch, die Chaoszwerge kommen bestimmt noch, also die wurden schon wirklich heftig angetiert, sondern auch wenn die irgendwann Ende des Jahres kommen, die kommen bestimmt noch, aber da noch mehr kommt, da bin ich mir mittlerweile nicht so sicher. Gucken wir mal in die Geschichte der Total War Titel, die ich natürlich für euch aufbereitet habe. Oh, Moment, Entschuldigung, oh Gott, Entschuldigung, auch nein, ach Leute, PowerPoint-Skills, die waren früher mal besser. Gehen wir in die nähere Vergangenheit, als 2016 kam Tollohoma 1 raus, die Entwicklung wurde beendet, dann kam Tollohoma 2, dann kam das Saga-Game, Thrones of Britannia, Three Kingdoms und Troy. Three Kingdoms wurde mehr oder weniger sofort wieder fallen gelassen, genau wie Troy und genau wie Thrones of Britannia. Es gab, glaube ich, nur einen DLC für Total War Three Kingdoms, oder? Moment, Total War Three Kingdoms, DLC, Total War Three Kingdoms, was sagt Wikipedia zu dem Thema? Total War Three Kingdoms, Rezeption, überwiegend positiv, glaube ich, ja, generell war es ja auch. Der erste Downloader ist vielleicht immer auf Englisch hier, die sind ja meistens ein kleines bisschen ausführlicher, Paid DLC as a playable faction expands the campaign map in the southwest, genau, das haben wir gesehen, das kam, aber der Norden kam dann nicht mehr, oder? Nee, kam nicht mehr. Okay, es kamen noch ein paar DLCs bis 2021, ich habe das auch nicht so richtig verfolgt, bis 2021, ja, immerhin, 2021 wurde es dann aufgegeben, weil, da kam ja Total War War 3 raus, also warum sollten wir eigentlich dieses andere Kumpus-Spiel weitermachen, wenn auch unser neues Money Horse jetzt raus ist. Jetzt haben wir schon, wann kommen die Haupttitel raus? Ja, aus der Vergangenheit, zwei Jahre von Rome of Medieval, dann drei Jahre auf Empire, dann ein Jahr auf Napoleon, ein Jahr auf Shogun, zwei Jahre auf Rome, drei Jahre auf Attila, also, jetzt haben wir schon 2023, denn das nächste Main-Game-Titel wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 2024 erscheinen, was wird es sein? Ich spekuliere noch auf das Warmer 40k und dann ist Total Warmer 3 dippet in die Tone gekloppt, als gäbe es kein Morgen. Vielleicht, also ich würde nämlich vermuten, nach dem großartigen Erfolg von Total War Warmer 1 und Total War Warmer 2. Hat Creative Assembly sich mit Games Workshop zusammengetan und gesagt, hey, es ist so geil, wir machen so viel Geld mit dem Zeug und die Leute wollen jetzt auch die alten Figuren wieder kaufen, ist ungefähr seit diesem Zeitpunkt hier die Entwicklung von Total War Warmer 40k losgegangen. Und das Ding ist jetzt seit natürlich nicht mit voller Kraft in Entwicklung, die wollten ja auch Total War Warmer 3 so halb kaputt rausbringen und Three Kingdoms und Britannia und Troy. Das unter Umständen jetzt Warmer 40k seit wahrscheinlich so drei Jahren in Vorentwicklung ist und seit wahrscheinlich nochmal vier Jahre lang in voller Entwicklung ist und dann kann ich mir gut vorstellen, dass 2023 tatsächlich das letzte Jahr mit wirklichen DLCs ist, vielleicht 2024 noch ein oder zwei, aber ich glaube, das war es dann. das war ein bisschen Bummer, muss ich sagen, ein bisschen negativ, was das angeht, aber auf der anderen Seite das Spiel ist so kaputt und Creative Assembly hat bisher nicht wirklich einen großen Anstand gemacht, das zu fixen und die Leute, die daran arbeiten, sind offensichtlich total überlastet, mit dem das zu tun und die Timeline schläft ja nicht, sie haben gesehen, dass DLCs abgesagt werden bei Three Kingdoms und das ist ja auch sehr gut verkauft worden. Ähm, ähm, ja, ist Tolo Warmer 3 gecancelt? Die Antwort lautet nein, die Antwort lautet noch nicht. To quench any fights, the game is not abandoned, was auch immer das heißt, jedenfalls jetzt noch nicht. Und mit diesen Worten bedanke ich mich fürs Zuhören, ich höre gerne eure Meinung dazu, seid ihr noch positiv gestimmt, negativ gestimmt über die Zukunft von Tolo Warmer 3? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir natürlich den Daumen hoch und das Abo da, wenn ihr weiter informiert sein wollt über den Abgrund, den Creative Assembly und Tolo Warmer momentan ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. O hell the mighty is rising from the deep with tats of sails and incredible tales were caught in end des da des das des des Untertitelung des ZDF, 2020